Union-Kanonschläge, Type 1 So genau Willst du mich denn? Ja Ja Ja, die Dinger auf Läsch oder was? Oh, die Dinger auf Läsch Schwarzpulver, 6 Gramm Ach, das sind Schwarzpulver, 6 Gramm Ich dachte, die hätten Fläsch Die klangen jetzt wie ein Blitzsatz Also das war brutal Wo ist denn der hin? So, Typ 2 Pyro-Union-Kanonschlag mit Schwarzpulver 6 Gramm oder so, keine Ahnung Schön nach der Wand Oh, die Dinger, die Zwiebeln Die Zwiebeln, ja gut, ich bin nicht weit entfernt So, der ist geschnürt Typ 3 Pyro-Union-Kanonschlag Mit Schnur hinten Mal gucken Die Jungs sagen, Alter, der wird am meisten knallen Jo, hat er Der hat gedrückt Oh, jetzt füitschen meine Ohren Ich bedanke mich fürs Wiederschauen Und ciao See you mit uns